moin freunde was geht ab und willkommen wir kriegen es gleich direkt ins gesicht das wollten wir erst mal sensationell heute aber kein runden start haben ich 1hp weniger hinter mir down und jetzt komme ich hier hoch will ich jetzt mit meiner drei das ist meine panzerfaust ins gesicht schießen aber das krieg ich dafür vom type 95 krieg ich eine portion code hinterher geworfen gut stock auf dieses große boot geht eigentlich schon ja weiß nicht und jetzt hier oben bei meinem homie und eigentlich brauche ich doch wir haben gerade was neues raus wie viele hat man sonst immer gehabt 5 bei panzerabwehr da muss man auch selber freischalten ach ja stimmt ja ja stimmt jetzt müssen wir es müssen scott action machen wir haben hier gerade unseren homie auf panzerabwehr spezialisiert und jetzt geht das gg 0 3 wir fangen wie immer so schlecht an habe ich das gefühl weißt du und dann werden wir eigentlich auch nicht besser aber jetzt habe ich zum beispiel schon mal die flack da jetzt habe ich alles komplett in der insel freigeschleitet ok komisch bei der schmier was da wieder mir angucken muss Okay, ich muss aber nicht die Trabel treffen. Ist da noch einer hier oben? Weiß ich nicht, ich such da schnell alles nach. Hat irgendwie übelst das Gefühl nach. Wieso krieg ich gerade 541 Punkte, hab ich wieder ein Panzer ausgeschaltet? Wusste nicht, kann gut sein. Aber ja, ich hab meine Mie noch gar nicht geplaced. Da ist ein Panzer, schieß auf ihn. Nein, da kommt einer Treppe hoch. Andere dann, denke ich. Jo, er ist da, jetzt kommt er hoch. Ja, okay, nicht ganz. Ja? Du sagtest irgendwie meinen Namen. Du hast mich gerufen, hier bin ich. Boah, guck mal, jetzt hab ich 6 von den Dingern dabei. Ist das Pornominös oder ist das Pornominös? Nach dem Kopf drunter. Da kommt gleich ein Panzer. Oh, ich hab ihn hart getroffen. Raus. Eliminiert. Auch wenn ich eigentlich die meisten nicht gemacht habe. 4 und 35 Punkte, dankeschön. Vielen Dank, Freunde. Ihr braucht man, ich gebe uns so viele Punkte. Ich weiß, dass es nicht mehr als 3-Play-Situation ist, ne? Ja, weil er fährt rückwärts. Ja, er ist rausgestiegen, der Husan. Da läuft einer. Ich weiß, wo ich meine Mietchen zimplente. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, ich hab gerade ein paar mehr geplantet. Jetzt kann ich wohl bis zu 6 planten mit diesem Kram. Weißt du? Tja, egal. Ging da mal 6? Hast du das eigentlich auch mittlerweile schon? Ja, eigentlich schon. Ja, liegen auch. 6 hast du das auch schon? Oder bist du noch nicht weit genug? Doch, das kann ich auch nehmen. Hab ich letztens durchbekommen. Ich nimm das auf jeden Fall. Das ist echt verdammt stark. Ich rück gerade zu E auf. Gab's denn? Ja, ich war für ein gemessert mit einer Machete. Das kann ich ja nicht mal Messer nennen. Ich meine, da hat mir den ganzen Kopf abgehackt. Oh ja, E ist richtig nice. Das ist lecker, ich hab angeschwungen. Ich hab angeschwungen, ey. Was ist denn der immer ins Gesicht gesprungen? Wenn ihr in der Luft ins Gesicht furzen wollt, oder so. Ich geh mal raus und leg mal die Straßen voll. Mach das. Er hat beschossen. Hab ihn. Good job, danke. Dann kommt schon wieder ein Heli. Selbst nur? Nein. Ich überlege, ob ich Heli-Abwehrgeschütz nehmen soll. Kannst du machen? Anders auf jeden Fall gerade in dem Haus dran. Ein Panzer kommt. Warte, ob da fährt einer voll durch. Haben wir ihn getroffen ein bisschen? Auch getroffen. Was nimmt das Schiff? Nein, aber er ist down. Wo? 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 Dieser Heli, der geht ab. Das ist... Ich wette, das ist auch derselbe. Ne, das ist... Glaube ich doch nicht. Hey, ist er jetzt über meine Dinger rübergefahren, oder nicht? Ne, er ist feuer. Bisschen gegen dich. Schade. Achtung, oberer Streifen kommt leider an. Hör mal, der Feuer! Die haben wir schon mal getroffen. Ah, so dachte du... Ja, an der anderen Seite sogar. Hier kommt's, aber hier ist auch immer cool. Getroffen, Fahrzeug. 82 Punkte gab's, aber ausgescheitert hab ich's leider nicht. 7-7 für Vini und 4 zu 9 für mich zu 9. Ich hab' den feindlichen Helikopter genau östlich seiner aktuellen Position gesichtet. Ich hab' den feindlichen Helikopter genau östlich seiner aktuellen Position gesichtet. Die Straße ist dicht. Ja, nur dass wir uns das alles hinten gehört. Also war's eigentlich ohne Titel, die dich gemacht hab. Aber ich geh' da so von stark aus, dass ich hier gleich eh schon wieder sterbe. Weshalb ich gar nicht diese Minen brauch, sondern gleich einfach auch nochmal neu blenden kann, wenn ich so bin. Selbstverständlich? Nö, ich hab' nur kurz was erklärt. 1-3. 3-4. 2-3. 1-3. 2-3. 3-4. 3-3. 4-4. 1-3. 2-3. 3-4. Freunde, das Fahrzeug fährt vor und da holt es mich auch wieder. Da fug. Boah, da spawnen da doch richtig viele hier. Hier oben geht es jetzt ab. Oh, warte mal, habe ich da nicht noch Minen gehabt? Nein, habe ich natürlich nicht. Trafen. Ah, bin ich zerstört. Habt ihr soeben neue Kampfbefehle gegeben? Wie mischen wir? 72 HP hier. Ich würde mal so sagen, es ist ein Medium zum Empfehlen. Vielleicht mal wieder, ich glaube ich muss mal langsam zu E da so, weißt du? Aber ich glaube ich balle erstmal hier und hier alles weg, was ich sehe. Ein Soldat wurde gerade vom 2. als HZ getaggt. Okay. Wir haben HZ hier. Wollen wir die Platzwerte ausschalten? Lecker. Hab's down. Was war das für ein Schuss? Oh, perfekt. Das ist eigentlich die genaue richtige Zeit, jetzt für mich neue Minen zu legen. Was, was hat dich jetzt gerade beschossen? Nicht? Ja. Ja, irgendwie sowas beschießt mich nämlich auch die ganze Zeit hier. So, und ich pflanze mich einfach mal jetzt hier hin, denke ich. Rechts, der von dem Boot hat gerade angelegt. No, Sound-Action wiederum. Das ist der Boot, der von dem Tüttel. Dann schade, ja? Sechs Stück liegen da. Das dicke Boot von deinem. Okay, so viel Schaden. Legt einfach immer hin, das hilft so viel. Bald kommt wieder einer, das dauert noch ein bisschen. Oh, mach so zu. Hoppla. Wie viel Sogensortat? Mach mal kurz so Sogensortat. Hör zu meiner Dinger auf. Von genau über uns, genau über uns, genau über uns. Und rechts vor uns läuft der auch. Oh, ich weiß nicht, wer ist da ne Pumpgun. Mit einem Pumpgun. Wie ist das ne Pumpgun? Oh Gott. Einsatz viel Eifer verloren. Ach, da kommt selber dort fahrzeug. Wär mal zu geil, wenn das hier als erstes rübergefahren wäre. Leute, meine Minen haben auch grad irgendwas zerstört. Geil. Ja, manchmal legt man dir sonst wohin so, weißt du? Ja, ich seh den Panzer neben mir. Ja, Mann, er ist schon wieder über meinen Dings rübergefahren. Ich guck grad bei dir, ey. Bei dir sieht's auch nicht so krank aus. Warte mal, hab ich noch vorne, liegen da noch immer auch Minen, ne? Die nehmen auch alle mal komplett. Ja, ich glaub, wenn die springen sich halt gegen sie. Ja, genau, wollte ich grad sagen, wenn ihr mal über einen rüberfährt, die jagen gleich komplett alles hoch. Probeamates, probeamates. Ups, ich hab schon wieder verteidigt, ich hab mir mal selbst mal drüben dabei. Ach du Scheiße. Da war ich nicht lang. Ich kann ja Munition geben für neue Fahrzeuge. Warte mal. Ja. Hast du auch neuen Sound für mich? Kann ich alles haben. Ist ja auch ganz cool. Und wo kommt die jetzt hier schon wieder? Ja, das sind Kreuzen, das sind Kreuzen. Mach bum, mach bum, mach bum. Hör auf auszusteigen. Wattung, das ist einer links. Links, 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 links. Händet hier. Das ist zu heftig zum Teil, ey. Das ist richtig, richtig heftig. Ist jetzt noch einer rübergefahren? Die leben aber, ne, die leben nicht mehr. Selten jetzt nicht mehr? Haben sie es kaputt gemacht? Ja, ich glaub schon. Bin auch nicht ganz sicher. Wurde grad auch zu viel gesprengt. Warten wir uns jetzt? Wo denn? Ach, über uns. Ich sehe den ja auch nicht. Ich denke, die ganze Zeit hier wird es alle angezeigt. Wo ist denn der? Jetzt sagen wir mal kurz. Oh. Jetzt aber endlich, danke. Wir haben es in den Gegenplätzen, Klammern. Müssen wir auch. Aber es hat nicht mehr so S-Wort-Tippen. Ich kann mal spielen. Ich war es gar nicht so suizid. Nein, nein. Nein, nein. Ich glaub, die Piste hat er ja auch ganz schön gut Damage, weißt du? Ich glaub, der Damage von der Piste ist eigentlich auch ganz schön high. Okay, da vorne, aber ganz ehrlich, ich würde, ich würde, ich würde nicht mehr in den Panzer steigen. Wie viel Minen die hier weh jetzt, weil er schon mehr geplaced haben. Oh, ja, ist ein Panzer? Komm, ich komme hin. Ich darf sie von zwei Seiten fahren. Ah, er ist ausgestiegen, er ist ausgestiegen. Der läuft jetzt rechts heroben. Ist da unten, ne? Ich hab mir so viel Pionier schon wieder gezockt, ne? Jawohl. Mach. Oh, getroffen. Fahrzeug, ich hab einfach nur nach vorne geschossen. Ich hab einfach nur da über den Hügel geschossen, mein ganzes Bildschirm wackelt. Gegner eliminiert und von hinten. Oder ne, ich glaub, wir haben es gegenseitig getötet, ne? Ah, weiß ich nicht genau. Ja, hast du ein D-mal dann noch abrecht gegenseitig getötet. Mein Leben heißt immer, wenn es um mir so ultra knapp war. Wir haben irgendwo einen Schläfer ganz weit oben drin. Da liegen aber auch unsere Leute. Teils, teils. Was mich grad ein bisschen stört, dass wir hier schon wieder so weit kommen. Wir müssen ganz dringend mal hier ein paar Mien legen. Ja, das macht Boom, komm schon. Nein, sie weichten die aus, es ist kalt. Es ist kalt, glaub ich, sind sie grad an meinen ganzen Mien vorbeigefahren. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaub schon. Alter, war das grad ein Buggy. Was soll ich das? Wenn wir den hinten in den Rücken schießen. Oh. Wirst du getroffen? Ja, okay. Tot. 73 Punkte kurz, ne? Weil dann lege ich mir einfach genau hier mal zwei hin. Na, ich lege drei. So. Und dann kommen da vorne irgendwie noch drei hin. Wir haben so viele Mien überliegen. Da kommt wieder einer. What? Ach, Heli, okay, alles klar. Heli ist okay, kann ich verstehen. Allein dieser Streifen, wo du jetzt gerade bist, hier der linke Streifen vom Haus. Da sind auch so unglaublich viele Gegner wieder. Aber ich glaube, oh, ne, wir verlieren, was, wir verlieren so krass. Jetzt sieht es gut aus, aber am Anfang saß ne Zeit lang scheiße aus. Wir verlieren ja volle Möhre, man. Man, ich wollte genau das wollte ich da machen. An die Leute vorbeilaufen. Hat er mich mit der Pistin? Dann wird er wahrscheinlich Sniper sein und hat mich wahrscheinlich direkt mit seinem Skangarit gescanned und aufgedeckt. So, schießt den Panzer da unten. Schießt den Panzer da unten. Hab ich. Er hat mich zerstört, nice. Boah, warte mal, kommt er links in Snipermier 2? Halten, um Pionier aufzuklicken, gefällt mir. Ich würde sagen, wir stehen immer schon unter ein bisschen kranker am Geschoss. Ja, nirgends. Da liegen ungefähr 30er Bar. Im Wald oder wo? Ja. Danke, konnte ich die ganze Zeit nicht sehen. Danke, dass dein Kaffee nicht mehr gezeigt ist. Fahr mal weiter, Panzer. Fahr mal weiter, Panzer. Ey, ich kann nicht mehr, ist einfach zum Teil so krank, einfach. Es ist so zum Teil einfach so krank. Wie, die kriegt schon wieder David X? Ne, er warnt einen Absturz. Du hast es heute, wir haben jetzt ein bisschen mehr heute am Abendstück aufgenommen. Du hast es heute so oft gehabt, ey. Ich ja eigentlich kein einziges Mal mehr oder weniger, ne? Nö, nur einmal direkt nach nach unten, aber das war ja nicht so schlimm. Aber du hast es locker dreimal oder so, ne? Mhm. Vielleicht ein bisschen zu oft. Aber das Schlimme ist ja, man kriegt auch seine Punkte nicht. Also Freunde, wir misst uns da nochmal Tipps, Tipps, Tipps. Kann sein, dass wir uns jetzt schon ein bisschen aufgefallen haben. Dich vielleicht ein bisschen nach unten über die Folgen. Du hast ja vielleicht sogar gefahren. Als wenn die da durchfahren würden. Die fahren dann mal rüber. Die fahren da durch, das sag ich dir. Wird gemessert. Ich würde das so frech ist. Komm, was machen die denn da? Kuscheln? Panzer, 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 Panzer. Tja, Freunde, Vini ist schon draußen. Ich bin schon draußen. Bist noch ein bisschen geistig bei uns bewegenst in der Runde hier? Jo. Also, ich würde sagen, nochmal mit dem Boot und dann mal nochmal. Oh, wie Chris, wir sind jetzt fast noch gewinnen, ne? Mit drei Bays. Bester Spieler fehlt jetzt auch. So, jetzt kannst du das mal gucken. Scheiß, Scheiß. Scheiß, Scheiß. Der Tank sieht mich. Genau. Nee, ist er richtig blind. Und guck mal, er hat Spoon gemacht. Er hat einen zerstört, ne? Einen ist okay. schon wieder so blind wie viele pioniere es zum teil gibt auf dieser map da spielt der chef die pionier glaube ich auch ich würde nicht hinter geschrieben haben wer was hier ist aber ich muss nicht sagen hier wird auch recht richtig viel schade am ende ich finde am ende am anfang sind sie auch mal recht intelligent und wissen wo sie lang fahren können und wo nicht und so mit dem panzer auf die weide welt reise ich nicht aber auch am ende wissen sie ist ungefähr immer und fahren da wie auch nicht mehr so brutal drüber na stimmt schon naja freunde nicht die beste runde aber wird auf jeden fall spaß ich hoffe ihr auch wenn die hat wir sind das macht ein bisschen fertig ist auch ein bisschen spieler schon drei uhr nachts und und wir gehen schlafen und schau freude macht gut tschüss